Moin Mädels! Moin Jungs! Hier ist euer Kaller! Französisch! Heiß! Kalt! Ja Leute, wisst ihr was der Kaller heute gemacht hat? Heute war es mal wieder so weit! Hör mal, heute hat der Kaller sich seine 45 Minuten Pause mal so richtig schön versilbert und vergoldet! Edelmetallgas! Ja Leute, das ging doch gar nicht mehr! Da hat der Kaller mal wieder Lust auf was Neues! Ja, Leute, und da hat der Kaller sich mal wieder so eine richtig schöne Schnuckelringe! Hier hoch in die Karre hochgezogen! Einer eingeladen mal wieder! Nein Leute, nur Halbgas! Für ganz Schmales für die Lederbörse! Für Kleines! 25 Tacken! Lass knacken! Hör mal, wisst ihr was? Ach, die hat doch keine 90, 60, 90! Hauptsache die hat den geilen Pfirsich auf den Schultern! Und da hab ich die hinten erstmal reingelegt! So richtig schön platziert! Ja Leute, und dann hat der Kaller sich auch da reingelegt! Und wisst ihr was der Kaller dann gemacht hat? Hat der Kaller den Griff in seine Kulturtasche gewagt! Erstmal die Mundwasserpulle und holen raus! Und dann sag ich, Baby, mach mal deinen Mundkulli auf! Und dann so richtig schön, Leute, wisst ihr was? Neun bis zehn fette Spritzer! Bis hinten in den Rachen! Und dann, Baby, lass krachen! Hör mal! Da hab ich mir so richtig schön auf Mundwasser ein Fauchen! Ein Schlauchen lassen! Oh Leute, das ist ein Gefühl! Und ich sage euch, das geht nur... Hör mal, da fängt es an zu gackern, wie Flipper in seinen besten Zeiten! Das ist ja ungefähr ein Gefühl, als wenn ihr den in ein Kalperinia-Glas reinhält! Oh Leute, das gibt's doch gar nicht! Oh, ich sage euch! Hör mal, da geht ihr richtig ab! Da geht's richtig steil! Wie ein Pfeil! Oh, Leute, und da hat die mir einen gefaucht! Hör mal, wisst ihr was? Oh, da zogt ihr den raus! Oh, das scheiß Mundwasser, hör mal! Oh, da habt ihr... Da habt ihr einen Kopf auf euren Pringel! Hör mal, der sieht aus wie eine Strauchtomate, so rot! Und ist so dick wie eine Mockertasse! Aber egal! Geht noch! Zu Ende! Und nehm da einen auf das Mundwasser! In Rachen, vor das Zipfchen! Ja! Knaugas!